Guten Tag, meine Damen und Herren! Nach langer Zeit mal wieder ein Video und ich habe mir vorgenommen, diesmal ein besonders wichtiges Video Ihnen zu präsentieren, und zwar zu dem Thema wissenschaftliches Arbeiten. Hier speziell rechtswissenschaftliches Arbeiten, aber man kann das Video sicher auch in vielen anderen Geisteswissenschaften benutzen, um vernünftige wissenschaftliche Arbeiten zu produzieren. Ich habe in der Mindmap, die Sie hinten sehen, alle Fehler, die ich in den letzten über 100 Abschlussarbeiten und weit mehr Hausarbeiten gesehen habe, mal systematisiert und gesehen, was sind eigentlich die wesentlichen Fehler, die Studierende machen, wenn sie wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Gleichzeitig habe ich mich auch mit wissenschaftlicher Literatur zu dem Thema beschäftigt und habe versucht, das danach zu systematisieren. Wie Sie sehen, gibt es drei Grundprinzipien wissenschaftlichen Arbeitens, nämlich Transparenz, Systematik und Objektivität. Und bei mir ist es jetzt so, wenn ich in Bachelorarbeiten oder Seminararbeiten Fehler anstreiche, dann ist es im Prinzip immer auf den Verstoß gegen eines dieser drei Prinzipien zurückzuführen, wenn es sich um einen formalen Fehler handelt. Gucken wir uns also mal genauer an, was hinter diesen Begriffen steht. Transparenz ist das erste, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Sie sehen, das ist ein bisschen mehr. Vielleicht mal als allererstes die Frage, die sich viele Studierende stellen. Ich mache das doch noch mal ein bisschen größer, damit Sie das oben auch erkennen können. Wann muss ich überhaupt zitieren? Und die Antwort ist relativ simpel. Sie müssen dann zitieren, wenn Sie fremde Gedankengänge übernehmen. Immer dann müssen Sie eine Quelle angeben. Damit ist auch schon die Frage beantwortet, muss ich denn nach jedem Satz eine Fußnote setzen? Nein, müssen Sie nicht. Es kommt darauf an, ob neue Gedankengänge übernommen werden. Also immer dann, wenn das noch ein Gedankengang ist, reicht auch eine Fußnote. Also zitieren, wenn Sie fremde Gedankengänge übernehmen. Das zweite Wichtige ist, wie zitiere ich eigentlich? Und da gibt es viele verschiedene Konventionen, aber alle haben eigentlich einen Sinn. Der Sinn ist, dass derjenige, der Ihre Arbeit liest, erkennen kann oder genau nachvollziehen kann, wo Sie Ihren Gedankengang her haben. Und das setzt voraus, dass Sie klar die Seite, Randnummer oder Textziffer bezeichnen. Das reicht nicht, wenn Sie einfach nur einen Kommentar zitieren oder einen Paragrafen oder nur ein Gerichtsurteil per Aktenzeichen. Das reicht nicht, weil dann dem Leser nicht klar ist, welcher Teil, welcher Gedankengang genau aus diesem 40-seitigen Urteil wird denn zitiert. Sie denken, ich habe alles richtig gemacht, ich habe Datum und Aktenzeichen des Urteils zitiert, aber das ist ein schwerer Fehler, wenn Sie nicht auch die Textziffer, also genau den Gedankengang, den Sie übernommen haben, genau kennzeichnen in dem Gerichtsurteil. Das ist also sehr wichtig. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass einheitlich kurz zitiert wird. Also nicht mal Textziffer, mal Randnummer, mal Seite, sondern für jedes Werk einheitlich. Das können Sie dann im Literaturverzeichnis definieren. Für Gerichtsurteile gibt es auch Konventionen, darauf gehe ich gegebenenfalls nochmal in einem anderen Video ein. Aber das ist auch so, dass es am Ende nicht so schlimm ist, wenn es dieses Kriterium der Nachvollziehbarkeit erfüllt. Sie können auch immer in der Fachzeitschrift gucken, wie das da gemacht wird. Der nächste Punkt ist, und das ist auch eine ganz häufige Frage, welche Quellen darf ich eigentlich zitieren? Was darf ich aus dem Internet zitieren? Darf ich Zeitungsartikel zitieren? Ich meine, die Antwort ist relativ simpel. Wenn Sie sich das Prinzip der Transparenz vor Augen führen, dann dürfen Sie nur Quellen zitieren, die wiederum Ihre Quellen offenlegen. Sprich, die Fußnoten haben oder im Text halt Quellennachweise. In der Juristerei sind es halt immer Fußnoten. Also wenn Sie keine solche Nachweise haben, dann dürfen Sie die Quelle grundsätzlich nicht zitieren. Sei denn in der Einleitung mal ein Zeitungsartikel. Es kommt also auch nicht darauf an, wer etwas geschrieben hat. Selbst wenn ein berühmter Professor was in der FAZ schreibt, dürfen Sie diesen Artikel nicht zitieren. Nur wenn der Artikel selbst wissenschaftlichen Standards genügt, dürfen Sie zitieren. Was bedeutet das jetzt? Es gibt natürlich eine Ausnahme bei Primärquellen. Primärquellen, Gesetze und völkerrechtliche Verträge, zum Beispiel der EUV oder der AEUV, die haben keine Fußnoten. Das sind Primärquellen. Das ist praktisch das, womit sie sich beschäftigen. Juristen setzen diese Quellen auch nicht in Fußnoten, sondern zitieren die im Text. Ich habe schon bei BWLern gesehen, dass die auch in den Fußnoten stehen. Da mag das richtig sein. Für Juristen wirkt das sehr eigenartig und ist auch unüblich und im Prinzip auch ein Fehler. Bei Sekundärquellen, was gibt es da jetzt eigentlich in der Juristerei? Es gibt Primärgerichtsurteile. Das ist in der Praxis das Wichtigste. Die stehen ja auch in den Fußnoten immer zuerst. Dann gibt es Fachbücher. Unter den Fachbüchern gibt es wieder verschiedene Kategorien. Nämlich, ich gehe mal ein bisschen hoch, dann können Sie es besser sehen. Kommentare, Handbücher, Lehrbücher und Monografien. Für den Praktiker sind Kommentare am wichtigsten. Der Kommentar öffnet praktisch, der ist praktisch der Schlüssel zur Rechtsprechung. Wie finde ich sonst Urteile, ist es sonst ein bisschen schwierig. Klar, Google hilft mir auch, aber normalerweise guckt man in den Kommentar, wenn man weiß, um welche gesetzliche Vorschrift geht es eigentlich. Handbücher sind für den Praktiker auch wichtig. Zum Beispiel, wenn es ein Thema wie M&A oder Datenschutz ist, dann ist das mit den Kommentaren schwierig, weil verschiedene Vorschriften betroffen sind. Dann greift man zu Handbüchern. Finden Sie alles bei BEC Online und in den Fachbibliotheken. Hier in Düsseldorf zum Beispiel in der HHU oder in Bochum in der Ruhr-Uni gibt es sehr schöne Fachbibliotheken. Ich vermute mal, dass es in vielen anderen Unis, in denen es rechtswissenschaftliche Fakultäten gibt, ähnlich ist. Dort haben Sie auch den Vorteil, dass Sie Zugriff auf BEC Online und Juris haben. In der FOM haben wir mittlerweile auch BEC Online Heimzugriff und in den Studienzentren haben Sie ebenfalls Zugriff auf BEC Online. Also auch da, man kann da eine ganz große Palette an rechtswissenschaftlicher Literatur auf die kann man zugreifen. Was Sie nicht machen sollten, ist halt einfach nur über Google recherchieren. Das reicht in der Rechtswissenschaft nicht. Fachaufsätze, weiter ein wichtiger Punkt zu aktuellen Themen. Es gibt nun endlich viele Fachzeitschriften. Und wenn Sie eine Bachelorarbeit schreiben, dann sollten Sie auch, oder eine Seminararbeit, dann sollten Sie auch Fachaufsätze zitieren. Die sollten also nicht außen vor bleiben. Wo findet man Hinweise? Die findet man wiederum in den Kommentaren und auch in Handbüchern oder Lehrbüchern. Dann im Bereich der BWL auch noch relevant Studien. Beispiel von der Bertelsmann Stiftung, eine Menge interessanter Studien oder eben Statistiken. Und bei Statistiken gibt es offizielle Statistikquellen wie D-Statis und Eurostat und so eine Metasuche wie Statista. All die darf man auch benutzen. Sind besonders sinnvoll, wenn man so in der Einleitung schreibt, Wirtschaftswachstum der letzten Jahre oder wie viele neue Mietverträge wurden abgeschlossen oder wie haben sich die Mietpreise entwickelt oder irgendwie sowas. Das sollte man dann eben mit offiziellen Statistiken belegen. Das nächste wichtige Prinzip ist das Prinzip der Wahrhaftigkeit. Das bedeutet, dass Sie nicht plagiieren dürfen. Das ist auch eine, mit dem Plagiat ist so eine Sache, wo Studierende, glaube ich, übertriebene Angst vorhaben. Im Plagiat haben Sie eigentlich immer nur dann, wenn Sie es auch selber wissen. Also wenn Sie ein schlechtes Gewissen haben. Die meisten Leute wissen schon sehr gut, wann Sie plagiieren. Das hört sich jetzt ein bisschen einfach an, aber ich glaube, als Leitlinie reicht das schon. Wir setzen an der FOM auch Plugscan ein. Das können Sie auch selber mal ausprobieren. Jagen Sie Ihre Arbeit mal durch Plugscan. Kostet ein bisschen was. Aber dann sehen Sie auch, inwieweit ein Dritter das als Plagiat bewerten würde. Plugscan ist schon eine sehr fortgeschrittene Software. Also normalerweise decken wir Plagiate schon auf. Kann natürlich immer sein, dass jemand mal Glück hat. Aber sollte auch nicht der Sinn der Sache sein, mit einem Plagiat rumzulaufen. Plagiat ist im Prinzip, wenn Sie ganze Textteile, Gedankengänge übernehmen, ohne die Quelle zu kennzeichnen. Am besten noch wörtlich mit Fußnoten. Da hatte ich schon die dreistesten Versuche, wo jemand eine Arbeit geschrieben hat. Da stand dann drin, nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH. Und dann war unten ein Urteil von 2002 drin. Da war klar, dass jemand sich irgendeine alte Hausarbeit von Grün runtergeladen hat. und die noch mal eingereicht hat. Also manchmal ist es wirklich dumm. Aber wie gesagt, Plagiat, schlimmer Verstoß geht nicht. Was anderes, was Sie kaum machen werden, was aber in der Praxis leider auch nicht selten vorkommt, ist, dass man wissentlich unwahre Aussagen macht. Man erfindet ein BGH-Urteil oder man schreibt jemandem was zu, was der gar nicht gesagt hat. Der nächste Punkt ist besonders wichtig, finde ich. Dagegen wird sehr oft verstoßen. Gerade an der FOM, an Universitäten vielleicht nicht ganz so häufig. Aber wenn Sie Wirtschaftsrecht studieren oder Steuerrecht oder auch in der BWL sich mit solchen Themen beschäftigen, dann sehen Sie ganz häufig Leute, die immer nur eine Quelle pro Fußnote aufführen. Ich weiß nicht, wie viele Arbeiten ich damit schon gesehen habe. Das ist, dann kriegt man immer gesagt, ja, aber wieso? Ich habe doch die Quelle zitiert, die ich da übernommen habe. Wo ist denn das Problem? Das hat verschiedene Probleme. Das Kernproblem ist erstmal, dass Sie nur eine Quelle überhaupt ausgewertet haben. Das ist nicht gründlich. Sie können, das kann ja Zufall sein, die Meinung, die da drin vertreten wird, woher wissen Sie, dass das überhaupt nicht noch Gegenmeinungen gibt? Das heißt, Sie haben irgendein Buch genommen, x-beliebig oder einen Kommentar oder einen Aufsatz und schreiben einfach daraus ab und das war es für Sie. Das ist nicht wissenschaftliches Arbeiten. Wissenschaftliches Arbeiten besteht darin, dass man eben mehrere Quellen abgleicht und mehrere Quellen zitiert. Ein ähnlicher Fehler, der damit zusammenhängt, ist, wenn Leute zum Beispiel schreiben, nach der Rechtsprechung des BGH, das haben sie dann irgendwo Münchner Kommentar gefunden und zitieren dann nur den Münchner Kommentar anstatt den BGH selber. Das habe ich hier aufgeführt unter kein indirektes Zitat. Sie müssen also die Originalquelle zitieren und verarbeiten. Dann sagen mir die Studierenden, ja, aber im Münchner Kommentar steht doch nach der Rechtsprechung des BGH und ich habe das doch nur zitiert. Das ist aber ein schwerer Fehler, weil das nur ein Zitat vom Hörensagen ist. Wenn Sie schreiben nach der Rechtsprechung des BGH und unten in der Fußnote steht nicht der BGH drin, ist das ein schwerer Fehler. Und auch einer, den der Korrekt natürlich sofort merkt. Ähnlich nach der herrschenden Meinung, sowieso nicht besonders gut, aber von mir aus in der Praxis und so manchmal auch ganz nützlich. Aber wenn dann in der Fußnote nur eine Fundstelle steht, dann weiß ich genau, aha, der, die Studierende, hat das aus irgendeinem Kommentar abgeschrieben, der meint, dass das die herrschende Meinung ist. Wieder Zitat vom Hörensagen. Wenn Sie nach der herrschenden Meinung schreiben, müssen Sie auch mindestens mal 5, 6 Quellen, die dafür sprechen, aufhören und auch eine dagegen, denn sonst wäre es ja die allgemeine Meinung und nicht die herrschende Meinung. Auch Blindzitate, in der leider auch gang und gäbe, dass man einfach zu faul ist, dann nachzugucken. Im Münchner Kommentar wird irgendwas zitiert. Man weiß jetzt inzwischen, dass man das dann auch in die Fußnote aufnimmt, wenn es ein BGH-Urteil ist. Man ist aber zu faul, selbst nachzugucken. Man denkt, naja, wenn der Münchner Kommentar steht, wird schon stimmen. Ich kenne da keine statistische Untersuchung, aber immer, wenn ich das geprüft habe, dann waren, ja, ein Viertel der Fundstellen waren falsch. Also gucken Sie es lieber nach. Ganz besonders am Anfang, wenn Sie Ihre wissenschaftliche Karriere starten, gewöhnen Sie sich eine gründliche Arbeitsweise an. Der letzte Punkt bei der Gründlichkeit ist, dass Sie die Ausgaben, die Sie in der Literatur finden, eben kritisch hinterfragen. Und das hilft einem bei, wenn man mehrere Aufsätze oder mehrere Ausführungen dazu liest. Ich habe einen ganz tollen Aufsatz zu gefunden, der mich eigentlich auch erst so richtig auf diesen Punkt, erst mir nochmal mich in die Lage versetzt, dass diesen Punkt so klar auch zu formulieren. Den habe ich Ihnen hier verlinkt von BASAG. Wozu sind eigentlich Fußnoten da? Aus der ZJS, einer kostenlosen Zeitschrift, ZJS 2018 568. Ich habe Ihnen auch einen Link gesetzt. Also das ist wirklich, wenn Sie das lesen, dann wird Ihre Note mit Sicherheit sich stark verbessern. Wie gesagt, ich kann das nur dringend empfehlen, die paar Seiten mal durchzulesen. Da steht im Prinzip das, was ich Ihnen hier gesagt habe, auch nochmal ausführlicher drin. Gut, das war der Punkt Transparenz. Wenden wir uns mal dem nächsten Arm zu. Das ist Systematik. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schwierig und auch nicht so überraschend, dass gerade wissenschaftliche Arbeiten systematisch sein müssen. Das heißt insbesondere, dass wissenschaftliche Arbeiten eben keine Brainstorming-Sessions sind, wo man mal so seine Gedanken, seine Vorstellungen zu einem Thema zusammenstellt. Das ist nicht der Sinn einer wissenschaftlichen Arbeit, sondern die muss logisch aufgebaut sein. Und für Juristen ist es sehr einfach. Also Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, Jura, man hat ja immer eine gesetzliche Vorschrift oder meist eine gesetzliche Vorschrift, zu der man schreibt. Und dann ist die einzig richtige Gliederung, die sind die Tatbestandsmerkmale der gesetzlichen Vorschrift. Das ist im Prinzip die Gliederung, die der Gesetzgeber vorgibt. Und das ist auch die Gliederung, die Sie in der Arbeit einhalten müssen. Wenn es jetzt mal ausnahmsweise kein Gesetz gibt, wie beim kaufmännischen Bestätigungsschreiben, dann gibt es aber Rechtsprechung dazu, die daraus ja auch einen Obersatz formuliert hat. Und dann nehmen Sie halt den anerkannten Obersatz, und gehen nach der Gliederung vor. Nur wenn Sie jetzt eine ganz reine Themenarbeit haben, was weiß ich, Datenschutzrecht, das ist natürlich auch ein Thema, was man so in der Allgemeine gar nicht bearbeiten kann. Aber dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, auch eine vernünftige Gliederung zu finden. Dann kommt es aber letztlich, dass wir sich unten geschrieben haben, vom Allgemeinen zum Speziellen. Das ist im Prinzip dann die Regel, die man da beachten muss. Die Gliederung selbst muss einheitlich sein. Es gibt ja zum Prinzip zwei Gliederungsschemen. Das klassische Gliederungsschema der Juristen, das fängt mit Groß A an, dann kommt Römisch 1, dann kommt Arabisch 1, dann kommt Klein A und so weiter. Das ist natürlich ein Schema, was wir Juristen gerne sehen, aber das hat sich auch eingebürgert, das dekadische Schema mit 1, 1.1. Das ist mir auch recht, es ist am Ende auch egal. Hauptsache es ist einheitlich. Und wenn Sie eine Gliederungsebene 1.1 haben oder Römisch 1, dann muss auch eine Gliederungsebene Römisch 2 oder 1.2 folgen. Das sehe ich auch immer wieder in Arbeiten, dass Gliederungsebenen einfach als Waisenkinder dastehen. Das ist auch ein schwerer Gliederungsfehler. Und das ist das, was ich hier unter Wer A sagt, muss auch B sagen, meine. Die Überschriften zu den einzelnen Gliederungsebenen sollen aussagekräftig sein, also nicht erste Meinung, zweite Meinung, dritte Meinung, sondern von mir aus objektive Theorie, subjektive Theorie und gemischt objektiv-subjektive Theorie. Das ist dann besser. Und diese Überschriften müssen auch selber in sich selber stimmig sein. Also Sie können nicht einmal objektive Theorie und dann zweite Meinung schreiben. Das ist dann auch ein Bruch in der Gedankenführung. Was nicht ganz so klar ist, einige Kollegen sehen das anders, aber nach der strengen juristischen Lehre ist es nicht erlaubt, Texte zwischen den Gliederungsebenen zu schreiben. Das heißt, wenn Sie 1 haben und dann 1.1, dann darf zwischen 1 und 1.1 kein Text stehen. Und das, wie gesagt, sehen manche ein bisschen anders, aber nach der reinen Lehre ist das falsch. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, gerade am Anfang, dass Sie sich daran halten. Ich habe auch von Studierenden häufig schon dann die Frage bekommen, was soll ich denn dann da auch schreiben dazwischen? Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Man neigt nämlich dann dazu, das ist hier unten auf der Mindset der letzte Punkt, dass man dann Regieanweisungen schreibt. Man schreibt, nachdem zunächst der Punkt behandelt wurde, wird nun im Folgenden auf den und den Punkt eingegangen. Oder nachdem zunächst das geklärt wurde. All diese Regieanweisungen sind schlicht überflüssig und damit falsch. Denn entweder ist Ihre Gliederung logisch, dann ist es klar, was danach kommt. Dann brauchen Sie das nicht zu erklären. Wenn Sie ein Tatbestandsmerkmal einer Vorschrift prüfen, zum Beispiel des Betrugs, dann ist klar, dass nach Täuschungshandlung Irrtum kommt. Und da müssen Sie nicht schreiben. Nachdem ich zunächst die Täuschungshandlung besprochen habe, das Ich ist sowieso falsch, aber nachdem zunächst die Täuschungshandlung besprochen wurde, wendet sich die Arbeit nunmehr dem Irrtum zu. Das ist dann Blödsinn. Dann würde ich immer sagen, ja, dann tun Sie es doch endlich. Oder Sie schreiben Regieanweisungen, weil Sie das Gefühl haben, dass der Übergang vielleicht nicht ganz so logisch ist. Und Sie haben so das Bedürfnis, ich möchte jetzt doch noch mal erklären, warum ich das nächste prüfe. Und dann ist die Gliederung falsch. Also diese Regieanweisungen sind entweder überflüssig oder sie zeigen, dass Sie keinen vernünftigen roten Faden haben. Der rote Faden ist im Prinzip das, was der Kern eines logischen Aufbaus ist. Ein Gedanke muss auf dem nächsten aufbauen. Das ist im Prinzip das, worauf wir auch immer achten bei der Korrektur, dass da keine Gedankensprünge drin sind. Der zweite Punkt, den man unbedingt beachten sollte, ist der Gesichtspunkt der Themenrelevanz. Man sieht es ja ganz häufig, dass Leute dann am Anfang wahnsinnig viel recherchiert haben und sich dann irgendwie mit, das Thema ist der GmbH-Geschäftsführer und Sie schreiben dann zehn Seiten, zu denen wir eigentlich die ganzen Organe der GmbH sind. Das ist nicht zielführend. Oder die Haftung des GmbH-Geschäftsführers ist das Thema und dann wird geschrieben, wie die bestellt und abgerufen werden. Das ist alles nett, aber es führt eben letztlich beim Thema nicht weiter. Da braucht man ein bisschen Routine, aber meist ist es so, dass man sich einfach hinterher zwingen muss von Abschnitten, an die man viel Herzblut und Liebe investiert hat und viel Recherche, dass man die vielleicht doch hinterher streicht, wenn man merkt, die sind einfach überflüssig. Lassen Sie die nicht einfach stehen. Der Prüfer dankt Ihnen, wenn Sie eine stringente Arbeit vorlegen. Dritter und letzter Punkt, den ich mit Ihnen besprechen möchte, ist der Punkt der Objektivität. Das ist im Prinzip die Frage, in welcher Sprache formulieren Sie eigentlich Ihre Arbeit. Und für mich der mit Abstand wichtigste Punkt in der Juristerei und generell bei wissenschaftlichem Arbeiten ist Präzision. Also nicht rumlabern auf gut Deutsch. Man liest ganz häufig, also fast immer in den Einleitungen, so Sätze wie in der Praxis, in Zeiten der fortschreitenden Globalisierung oder Datenschutz wird immer wichtiger. Das ist alles Müll. Das kann man noch nicht mal, es ist nicht nur nicht, dass Sie belegen das nicht. Nein, das sind Aussagen, die überhaupt nicht belegbar sind. Die sind so allgemein, dass die niemand auf der Welt überhaupt belegen kann. Die sind also per Definition unpräzise, diese Aussagen. Und solche Aussagen kann man in Werbebroschüren oder was weiß ich irgendwo benutzen, aber bitte nicht in wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist, bemühen Sie sich einfach darum, wenn Sie Ihre Arbeit nochmal lesen, dass Sie all diesen ganzen Müll aus der Arbeit streichen. Dann sagen Sie, aber was soll ich überhaupt in der Einleitung schreiben? Naja, Sie schreiben halt, wenn Sie dann irgendetwas schreiben wollen, dann schreiben Sie was Konkretes, wie nach die Datenschutz-Grundverordnung wurde am so und so viel in Kraft gesetzt, nachdem vorher das so und so in Kraft war. Man hat folgendes Defizit gehabt, siehe Gesetzesbegründung. Also dass man da auch schon mit Quellen arbeitet, nur Aussagen macht, die zumindest belegbar sind. Dann, was man auch häufig liest, sind so Weichmacher, wie gewissermaßen, ziemlich, quasi. Mein Lieblingswort faktisch, hatte ich neulich mal in der Arbeit, faktisch ist die Schweiz nicht Mitglied der EU. Ich habe dann eben geschrieben und rechtlich. Also das Wort faktisch, das ist genauso überflüssig wie quasi, ziemlich oder gewissermaßen. Das sind alles so Dinge, wo man die eigenen Aussagen entweder mit einschränkt oder man hat eben nicht die nötige Präzision in der Aussage, die es braucht. Außerdem sinkt auch die Überzeugungskraft der eigenen Aussagen und wir wollen als Juristen ja auch gut argumentieren lernen, wenn wir unsere eigenen Aussagen gleich wieder dadurch qualifizieren, dass wir da ein Ziemlich reinsetzen. Also lassen Sie das weg. Prüfen Sie Ihre Arbeit hinterher nochmal gründlich auf solche Wörter. Keine Übertreibung, keine Superlative, kein Spannungsbogen. Also da findet man auch dann Wörter wie enorm, maximal, offensichtlich, selbstverständlich, natürlich, manche Arbeiten hatten auch schon Spannungsbogen, ich möchte dazu, also zunächst soll dazu noch eine Stellung genommen werden, um da, was weiß ich, das ist alles Käse. Sie schreiben keinen Krimi und Sie schreiben auch keine Werbebroschüre oder einen Marketingtext, sondern Sie schreiben eine wissenschaftliche Arbeit, in der sachlich und präzise formuliert werden soll. Man sieht es auch bei Anwaltskollegen häufig, dass die dann schreiben offensichtlich, das sind immer die Stellen, wo ich am ehesten Mal immer reinpikse. Und das sind die Stellen, in denen der Kollege keine Begründung hat. Da wird dann die Begründung durch offensichtlich ersetzt. Offensichtlich ist Käse entweder, dann ist die Arbeit, also wissenschaftliche Arbeiten behandeln keine offensichtlichen Themen, sonst wären es keine wissenschaftlichen Arbeiten. Lassen Sie diese Sachen weg. Manche verfallen dann auch noch ins Gegenteil und dann wird also in einer unfassbar komplizierten Weise formuliert in der irrigen Vorstellung, das sei wissenschaftliche Arbeit. Besonders da werden viele Substantive benutzt. Das sieht man auch in der Verwaltung häufig. Schriftsätzlich trägt der Linksunterzeichner in der oben angegebenen Angelegenheit wie folgt vor. Da würde man sich sagen, Zeitverschwendung, dann tue es doch einfach mal. Aber auch diese Art der Substantivierung und immer sich versteckenden Formulierung, ja, ich verstecke mich hinter meinen Formulierungen, ich verquase meine Formulierungen, so, dass keiner mehr genau mich angreifen kann und weiß, was ich eigentlich sagen will. Hauptsache kompliziert. Nein, das ist natürlich ganz schlecht. Wenn Sie diese komplizierten Formulierungen lesen, wissen Sie immer, der Autor hat es überhaupt nicht verstanden, was er da geschrieben hat. Er hat da irgendwas zusammengeschustert und hofft jetzt dadurch, dass er möglichst kompliziert formuliert, dass es schon irgendwie durchgeht. Aber naja, also das funktioniert nicht. Das ist auch in der Praxis natürlich nicht gut, wenn Sie solche Texte schreiben. Ja, dann Neutralität. Also neben Präzision und Verständlichkeit ist Neutralität der nächste Punkt. Also seien Sie nicht voreingenommen. Gehen Sie nicht zum Beispiel rein, Sie sind jetzt der Meinung, dass der Klimaschutz unheimlich wichtig ist, ist er auch. Aber dann, wenn Sie jetzt Statistiken sehen, die aber vielleicht darauf hinweisen, dass die aktuellen Klimaprobleme oder irgendein bestimmtes Problem vielleicht auch nicht auf den Menschen zurückzuführen ist, dann unterschlagen Sie diese Studie nicht einfach, sondern dann muss die halt diskutiert und erwähnt werden. Das habe ich auch schon gelegentlich in Arbeiten gehabt, dass Leute so begeistert von ihrem Thema sind, dass sie einfach alles, was dagegen spricht, einfach unterschlagen. Das ist nicht wissenschaftliches Arbeiten, sondern der Leser soll sich ja selbst ein Bild davon, also eine Meinung bilden können, anhand ihrer Aussagen. Gefühlsbetonte Aussagen. Ich war schwer betroffen oder das ist skandalös. Das sollte man sich auch sparen. Es gibt dann auch Leute, die am Ende ganz besonders von Arbeiten dann in Zynismus und Sarkasmus verfallen, indem sie dann schreiben, naja, der Gesetzgeber hat hier versagt oder der Gesetzgeber hätte schon längst das Thema Datenschutz besser regeln sollen oder der Gesetzgeber hätte das Thema Compliance besser regeln müssen. Wenn das alles so einfach wäre, gehen Sie mal davon aus, dass der Gesetzgeber das gemacht hätte und da stellen Sie anderen Leuten keine Idiotie oder keinen bösen Willen. Das sind keine guten Ratgeber in wissenschaftlichen Arbeiten. Gut, das war im Prinzip der kurze Abriss. Ich werde Ihnen die Mindmill natürlich wieder wie immer zur Verfügung stellen. Die können Sie dann runterladen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Es gibt bei den wissenschaftlichen Arbeiten drei Grundprinzipien, nämlich Transparenz. Das bedeutet, dass man klar offenlegt, woher man seine Thesen hat, wenn die von Fremden stammen, dass man also Belege und aussagekräftige Belege in seinen Texten hat. Systematik bedeutet, dass die Arbeit einem roten Faden folgt, in der Juristerei wohl hauptsächlich dem Gesetz. Objektivität bedeutet, dass man präzise, verständlich und neutral formuliert. Gut, ich hoffe, dass Ihnen das bei Ihrer nächsten Arbeit hilft und freue mich auch über Feedback und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis demnächst.